Diktat Wir angeln. Es ist Mittag. Punkt. Seit vielen Stunden Hocke ich mit meinem Vater Am Fluss. Punkt. Angeln wir? Oder baden wir? Bloß Würmer? Mein Vater ärgert sich. Komma. Weil nie ein Fisch am Haken ist. Punkt. Ungefähr 100 Würmer habe ich schon ausgegraben und überall Löcher in den Boden gemacht. Punkt. Aber nicht nur die Fische Mögen unsere Würmer Komma. Sondern auch die Vögel. Punkt. Sie sitzen über uns im Baum Komma putzen ihre Schnäbel und lassen manchmal etwas herunterfallen. Punkt. Das ist nicht schlimm. Komma. Weil unsere Jacken Komma Schuhe und selbst unsere Mützen aus Gummi sind. Punkt. Das kann man gut abputzen. Punkt. Ich glaube Komma Wir kaufen Die Fische Besser auf dem Markt Ausrufezeichen Die Fische Besser auf dem Markt